Uns geht es heute um wichtige Hinweise zur Selbsthilfe bei einer eventuell auftretenden Autopanne und um das richtige Verhalten im Falle eines Falles. Autofahren kann Spaß machen, z.B. in einer schönen Landschaft, auf einer breiten Straße mit einem guten Auto. Der Spaß kann aber auch verdorben werden durch eine Panne, durch einen Verkehrsstau, durch ein Hindernis oder durch falsches Fahrverhalten, eigenes oder das der anderen. Erstaunlich, dass der überwiegende Teil der Autofahrer nicht mit einem Zwischenfall rechnet und deshalb vom Zufall umso härter getroffen wird. Sie werden nicht dazugehören, wenn Sie sich im Falle eines Falles an die folgenden Hinweise erinnern. Wenn Sie auf der Straße oder unmittelbar neben einer Straße halten müssen und damit den nachfließenden Verkehr gefährden könnten, schalten Sie die Warnblinkanlage ein. Tun Sie es noch während der Fahrt, wenn Sie z.B. auf der Autobahn einen Defekt bemerken und anhalten müssen oder ein Hindernis erkennen, das Sie zu einem starken Abbremsen zwingt. Fahren Sie beim Bemerken einer Panne so weit wie möglich rechts heran. Sollte dies mit Motorkraft nicht mehr möglich sein, dann können Sie Ihr Fahrzeug bei eingelegten ersten oder zweiten Gang auch mit dem Anlasser noch etwas weiterziehen. Vermeiden Sie, dass Ihr Fahrzeug zu einer Gefahrenquelle für die übrigen Verkehrsteilnehmerin. Jede Zentimeter mehr Abstand zur Fahrbahn vermindert das Risiko. Sichern Sie Ihr Fahrzeug ab. Noch dringender sichern Sie sich und Ihre Mitfahrer ab. Halten Sie sich möglichst noch hinter den Leitplanken auf, damit sie bei einem Auffahrunfall nicht erfasst werden können. Der gefährlichste Platz ist übrigens in Fahrtrichtung vor dem Fahrzeug. Stellen Sie Ihr Warndreieck in einer Entfernung von ca. 100 Metern auf. Aber noch wichtiger als das Einhalten dieser Entfernung ist, dass das Schild auch früh genug von den Autofahrern erkannt werden kann. Zum Beispiel vor Kurven oder Hügeln. Außerdem sollte es nicht zu weit in der Fahrbahn stehen. Bei sehr unübersichtlichen Strecken ist es ratsam, das Fahrzeug zusätzlich abzusichern. Zum Beispiel eine Blinkleuchte aufzustellen. Oder die Autofahrer durch Winkzeichen rechtzeitig aufmerksam zu machen. Sind Sie gut ausgerüstet? Haben Sie alles, was Ihnen in dieser Situation nützlich sein könnte? Das müssen Sie laut Gesetzgeber mitführen. Ein Warndreieck, einen Verbandkasten. Und diese zusätzlichen Dinge sind zwar nicht vorgeschrieben, können aber sehr wertvoll werden. Abschleppseil, gefüllte Reservekanister, Reservesicherungen und Lampen, Arbeitskittel und Handschuhe, Taschenlampe und Blinkleuchte. Diese Dinge werden Ihnen aber nur helfen, wenn Sie auch schnell erreichbar sind und nicht unter dem Gepäck liegen. Brauchen Sie Hilfe auf der Autobahn, dann gehen Sie zur nächsten Notrufsäule. Sie stehen in Abständen von zwei bis drei Kilometern. Auf den Leitpfosten finden Sie einen Pfeil, der Ihnen die Richtung zur nächsten Rufsäule zeigt. Sobald Sie die Sprechklappe der Notrufsäule öffnen, meldet sich die Autobahnmeisterei. Ja, Autobahnmeisterei, Reiskirche. Machen Sie es nun besser als manche Autofahrer vor Ihnen, die aufgeregt vor der Säule standen und durch falsche Angaben die allzeit bereiten Helfer in die falsche Richtung schickten. In der Klappe ist angegeben, bei welchem Kilometer Sie sich befinden. Geben Sie dazu Ihren Standort und vor allem die Richtung an, in der Sie unterwegs sind. Aber vielleicht brauchen Sie keine fremde Hilfe, sondern können sich selbst helfen. Zum Beispiel in dieser Situation, bei einer Reifenpanne. Wichtig ist die richtige Reihenfolge Ihrer Handgriffe. Ziehen Sie die Handbremse fest an. Bei abschüssiger Fahrbahn sollten Sie unbedingt ein gegenüberliegendes Rad durch Steine oder ähnliches blockieren. Legen Sie zusätzlich noch einen Gang ein. Der nächste Schritt ist das Abziehen aller Abdeckkappen der Radschrauben oder gegebenenfalls der Radzieherkappe. Für diesen Handgriff befindet sich ein Abziehhaken in Ihrem Werkzeugsatz. Lösen Sie alle Radmuttern um etwa eine Umdrehung, wenn nötig mit Hilfe Ihrer Fußkraft, und zwar entgegen dem Uhrzeigersinn. Setzen Sie den Wagenheber an den vorgesehenen Stellen an, und zwar nur dort. Die Betriebsanleitung sagt Ihnen, wo Sie diese Stellen finden. Wählen Sie dann die, die dem beschädigten Rad am nächsten liegt. Achten Sie darauf, dass der schräg nach außen anzusetzende Wagenheber auf dem Boden nicht wegrutschen kann. Auf weichem Grund macht eine großflächige, stabile Unterlage unter dem Wagenheberfuß die Sache noch sicherer. Nun heben Sie den Wagen so weit an, bis das defekte Rad deutlich vom Boden abhebt. Übrigens, der Wagenheber ist nur für dieses Anliegen vorgesehen. Sollten Sie unter dem Fahrzeug etwas nachsehen oder arbeiten wollen, so müssen Sie unbedingt einen Unterstellbord verwenden. Sie können jetzt die bereits gelösten Radmuttern ganz herausrehen und das Rad abnehmen. Setzen Sie dann das Ersatzrad an und drehen Sie die Radmuttern wieder so weit an, bis Sie an der Felge ansiegen und ziehen Sie sie ganz leicht. Nun lassen Sie den Wagen ab und ziehen die Radmuttern endgültig über Kräuter. Da es für Ihre Sicherheit wichtig ist, dass die Frauben den vorbegriebenen Füßeltagen ohne dass die Brennformen, Brennscheiben oder Felgen verstanden werden, müssen Sie den Anzieh der Frauben von Ihrer Bergstadt prüfen lassen. Übrigens, mit dem Anziehen der Radfrauben ist der Radwechel noch nicht ganz abgeschlossen. Auch der Reifendruck muss stimmen. Und da Sie ohne Manometer den Druck nicht messen können, gibt es nur ein Verheißen fahren und bei der nächsten Bergstadt oder Tankstelle den Druck überprüfen. Sie meinen, wir nehmen es so genau? Ganz sicher nicht. Vielmehr nimmt es ein Teil der Autofahrer recht ungenau. Nach Stichreben in jüngster Zeit fahren viele Autofahrer mit zu geringem Luftdruck. Das heißt, unnötiger Reifenverschleiß und schlechteres Straßenlade. Bremsen, Kurvenfahrt und plötzliches Ausweichen müssen können zur Stichenfahrt werden. Außerdem kann der Kraftstoffverbrauch unnötig anscheiden. Auch das kann passieren. Als gewissen Mestament kontrollieren Sie vor Angriff der Fahrt, wesentlich wie das Gesetz etwas langt. Ein scheinbar verbrennt es. Aber die Lampen-Outline muss nicht an der Lampe, sondern kann auch an der Sicherung liegen. Und hier sollten Sie in voller Weise zuerst rufen. Auf dem Sicherungsdeckel ist angegeben, welche Sicherung zu welchem Formkreis geführt. Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Eventuell ist sie auch nur locker oder an den Kontaktflächen oxidiert. In diesem Fall brauchen Sie die Sicherung nur etwas zu drehen oder die Kontakte ein wenig zusammenzudrücken. Beim Einsetzen einer neuen Glühlampe sollten Sie grundsätzlich auch bei Dinge achten. Die neue Glühlampe muss die gleiche Kerkel, also Wattball haben. Sie sollte möglichst nicht mit den bloßen Händen, sondern mit einem Stück der Verpackung angefasst werden, um sie absolut sauber zu halten. Wie Sie die Lampe bei Ihrem Wagen leicht wechseln, ist in der Bekriebsanleitung mit Bord und Fähigkeit erneutert. Gut, wenn man sie selbst helfen kann. Aber es gibt auch Situationen, in denen man auf fremde Hilfe angewiesen ist. Zum Beispiel, wenn die Batterie zu fach ist und der Motor nicht mehr anspricht. Eine schwache Batterie kann dabei mit der Batterie des zu Hilfe gekommenen Fahrzeuges unterschieden. Vorausgesetzt, dass beide Bordanlagen die gleiche Stannung mortal haben, kann man die Batterien Plus mit Plus und Minus mit Minus mit einem Hieftabkabel verbinden. Möglicherweise hieft man ein Antriebe. Legen Sie dazu grundsätzlich den beiden Gang ein. Im zweiten Gang lässt sich das Fahrzeug leichter antrieben als im ersten Gang. Eventuell ist doch ein Antleppen notwendig. Auch das sollte nur im zweiten Gang erfolgen. Und so wird es gemacht. Zündung einschalten, Kupplung trägen. Ihre Helfer bringen das Fahrzeug in Schwung. Kupplung langsam loslassen. Denken Sie dabei auch daran, dass Sie etwas Gas geben müssen. Außerdem sind noch einige Punkte zu beachten. Bringen Sie das Abschleppseil nur am Abschlepphaken an. Befestigen Sie es so, dass es sich nicht lösen kann und dabei eventuell gegen Ihr Fahrzeug schnellt. Vereinbaren Sie mit dem Fahrer des vierenden Wagens, dass er nur im ersten Gang liegt und nach einem Signal Ihrer Luftruppe anhält. Denken Sie beim Abschleppen unbedingt an folgende Punkte. Schalten Sie die Zündung ein, damit die Lenkung nicht blockiert und die elektrischen Einrichtungen die Blink- und Bremslichtfunktion wählen. Versuchen Sie beim Abschleppen der Teil möglichst krass zu halten. Brennen Sie bei Fahrverringerungen früh genug Leit an. Und denken Sie auch daran. Bei Fahrzeugen mit Lenzhäbel und Bremskraftverstärkern muss beim Abbläppen mehr Kraft für die Bedienung aufgewandet werden, weil diese beiden Aggregate nur bei laufendem Motorpunkte enthält. Übrigens Fahrzeuge mit Gefühleautomatik lassen sich nicht anschleppen, weil die Automatik nur bei laufendem Motor arbeitet. Wohl aber abbläppen. Allerdings nicht schneller als 50 Kilometer pro Stunde und nicht weiter als 50 Kilometer. Vor dem Abschleppen kann auch hier ein erneuter Startversuch sinnvoll sein. Ob an- oder abschleppen, Beides kann eventuell vermieden werden durch richtiges Starten. Erfreulicherweise verzeihen die modernen Motoren meist sogar halte Behandlung und bringen an. Kritisch kann es aber dann werden, wenn der Motor besonders kalt oder besonders heiß ist. Den kaltenden Motor mit Startautomatik starten Sie so. Vor dem Anlassen einmal, bei tiefen Temperaturen auch zweimal, das Gaspedal durchtreten und dann wieder zurücklassen. Nur so kann die Startautomatik arbeiten. Bei Kälte das Kupplungspedal durchtreten. Motoren mit Choke starten Sie mit voll herausgezogenem Choke und ebenfalls berutschgenommenem Gaspedal. Anders, der Start mit besonders heißem Motor. Zum Beispiel nach einem kurzen Aufenthalt auf einem Autobahnradlass, wenn der Motor durch die Sandkiste unter der Motorhaube aufgereift wird. Diesen Motor starten Sie am besten mit Vollgas. Aber Gaspedal durchtreten und so festhalten. Nicht pumpen. Apropos heißer Motor. Sollten Sie einmal während der Fahrt feststellen, dass das Kühlwasser im Kühler zu heiß geworden ist und dampft, dann stellen Sie nicht etwa den Motor ab, sondern lassen Sie ihn mit geöffneter Motorhaube im Stand eine Weile weiterlaufen. So kühlt sich der Motor schneller ab. Nehmen Sie erst dann den Kühlerverschluss ab, wenn das Dampfen nachgelassen hat. Und selbst dann sollten Sie den Verschluss vorsichtig aufdrehen und so abheben, dass Sie sich nicht verbrühen. Sollte der Keilriemen gerissen sein, so ist eine Weiterfahrt nicht möglich. Das gilt für Luft- und wassergekühlte Motoren. Erkennbar ist dieser Schaden durch das Aufleuchten der Ladekontrolllampe in der Instrumententafel. Noch einmal zurück zum Abschleppen. Insbesondere zum Abschleppen auf der Autobahn. Achten Sie darauf, dass die Autobahnmeisterei Ihnen nur Fahrzeuge der Straßenwachten schickt oder ein Abschleppfahrzeug von einer für Ihr Fahrzeug zuständigen VAG-Fachwerkstatt. Übrigens, bei Ihren Fahrzeugpapieren befindet sich auch ein Werkstättenverzeichnis, in dem Sie die nächstgelegene Werkstatt Ihrer Marke finden. Darüber hinaus steht Ihnen an Sonn- und Feiertagen ein Notdienst zur Verfügung. Und zwar samstags von 9 bis 15 und sonntags von 9 bis 13 Uhr. Die jeweilige dienstbereite Werkstatt in Ihrer Nähe erfahren Sie, wenn Sie die Telefonsammelnummer 0 5 3 6 1 2 2 5 0 5 0 wählen. Pannen sind besonders unangenehm, weil Sie die Unart haben, gerade dann aufzutreten, wenn man es sehr eilig hat. Deshalb sollten Sie wissen, dass es in VAG-Betrieben den Express-Service gibt. Er ist auf Schnellreparaturen ausgerichtet. Sie werden, wenn irgend möglich, sofort bedient. Aber nicht nur bei Pannen steht Ihnen dieser Express-Service zur Verfügung. Arbeiten wie Ölwechsel, Zündeinstellungen und andere Arbeiten kleineren Umfangs können Sie ebenfalls im Rahmen dieser speziellen Einrichtung durchführen lassen. Natürlich könnten wir nur noch auf andere Dinge eingehen, wie Störungen an der Zünd- oder Kraftstoffanlage. Wenn wir es nicht tun, dann, weil Störungen dieser Art zu viele Ursachen haben können. Zudem sind Vergaser und Zündanlage durch Abgasgesetzgebung so ausgelegt, dass hier wirklich nur der Fachmann Hand anlegen sollte. Sie können selbst noch einen einfachen, aber nützlichen Beitrag zu sicherem und problemlosem Fahren und zur Selbsthilfe leisten. Nehmen Sie sich einmal die Betriebsanleitung zur Hand in allen Volkswagen und Audi vom Modelljahr 1979 an, finden Sie sie in dem neuen Bordbuch. Sie enthält viele Tipps, die Ihnen helfen und die Freude am Autofahren vergrößern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug entsprechend der vorgesehenen Intervalle warten und zum Beispiel vor dem Winter besonders überprüfen. Auch vor dem Antritt einer Urlaubsreise sollte Ihre VAG-Werkstatt Gelegenheit bekommen, Ihren Wagen gründlich durchzusehen. Mit solcher Vorsorge können Sie dann beruhigt reisen. Unfälle und Verkehrsstauungen entstehen oft erst dadurch, dass Autofahrer neugierig an ein haltendes oder beschädigtes Fahrzeug heranfahren, langsam vorbeifahren oder gar halten und so den übrigen Verkehr behindern. Seien Sie diesen Neugierigen ein Vorbild. Bleiben Sie nur dann stehen, wenn Ihre Hilfe nützt. Und treten Sie grundsätzlich jede Autofahrt, auch die kurze Fahrt zum Einkaufen erst nach diesen Sicherheitsvorkehrungen an. Gurte anlegen, Mitfahrer bitten, dasselbe zu tun, Beifahrertür entriegeln, Kindersicherung einrasten. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an dieser Selbsthilfe-Folge und wünschen Ihnen, dass sie von Pannen verschont bleibt. Sollte es aber doch einmal dazukommen, dann hoffen wir, dass Ihnen der eine oder andere dieser Tipps hilft. Ihr VAG-Partner Untertitelung des ZDF für funk, 2017